Es macht immer Spaß, beim Ansportenden mitzumachen, alle wiederzusehen. Ich denke, dass die Leichtathletik sehr familiär ist und jeder jeden unterstützt. Die Bedeutung ist ziemlich groß, weil man halt miteinander leidet, man hat miteinander Spaß, man freut sich zusammen. Man ist ja in einem Verein drin und da kennt man die Personen, auch wenn die unterschiedlich Disziplinen machen, ist man dennoch ein Team, also alle in der LG Nord, wir sind alle ein Team.